Hallo und herzlich willkommen bei MakeFinance. Heute gucken wir uns an, was sich in den Depots der großen Fondsmanager getan hat. Wir gucken uns die Transaktionen von Warren Buffett an, von Charlie Munger, Bill Eggman, Munish Paprai, David Tepper und Michael Burry. Viel Spaß dir beim Video. Starten tun wir heute mal mit Bill Eggman. Er ist ja dafür bekannt, ein relativ konzentriertes Portfolio zu haben. Für die Übersicht benutze ich wie immer die Seite hedgefollow.com. Bei Lowe's hat er etwas abgestockt, genauso wie bei Chipotle, Mexican Krill und bei Hilton. Diese drei Werte hat er reduziert, aufgestockt hat er bei Howard Hughes und neu hat er jeweils die beiden Alphabetwerte mit aufgenommen. Das freut mich als Alphabetenaktionär natürlich sehr. Und damit sind wir mit seinen Transaktionen auch schon durch. Kommen wir zu The Big Short Michael Burry. Bei Michael Burry hat sich einiges getan. Er hat groß in China investiert. JD.com ist jetzt seine größte Position, gefolgt von der Alibaba-Cube. Ebenfalls recht spannend fand ich, dass er Zoom Video und Capital One gekauft hat, wo er auch später noch ein anderer großer Fondsmanager zugeschlagen hat. Die Banyas Stillwater hat er auch gekauft. Diesen Wert, der befindet sich auch auf meiner Watchlist gerade und den gucke ich mir genauer an. Dies ist ein Minenbetreiber aus Südafrika. Ansonsten hat er noch Wells Fargo mit hinzugenommen und bei seiner Geo-Group den Gefängnissen hat er deutlich reduziert. Ansonsten aus meiner Sicht eher kleinere Werte, wo er Transaktionen durchgeführt hat. Kommen wir nun zu David Tepper. David Tepper hat vor allen Dingen im Technologiebereich zugeschlagen. Er hat seine Position in Alphabet deutlich ausgeweitet, genauso wie bei Amazon, bei Meta und bei Microsoft. Auffällig ist auch, dass er bei Uber eine Megaposition eröffnet hat, was mittlerweile sein drittgrößter Wert im Depot ist. Verkauft hat er etwas bei Constellation Energy und bei HCA Healthcare. Spannend ist auch, welche Positionen er ganz neu hat. Zum einen FedEx, Nvidia hat er zugeschlagen, Tesla, den ARK ETF und die Match Group. Und das war im Wesentlichen seine Transaktionen. Kommen wir nun zu Munish Paprai. Er hat ja immer ein sehr konzentriertes Portfolio mit nur sehr wenigen Werten. Etwas verkauft hat er bei Micron Technology. Hier hat er ein paar Gewinnmitnahmen durchgeführt. Und komplett verkauft hat er Brookfield Asset Management. Dafür ist er bei der Brookfield Corp etwas größer wieder eingestiegen. Und das war es mit seinen Transaktionen für dieses Quartal. Kommen wir zu Charlie Munger. Bei Charlie Munger ist es total übersichtlich. Er hat vier Werte in seinem Depot. Er hat nichts gekauft und überhaupt keine Transaktionen durchgeführt. Nach wie vor ist die Bank of America seine größte Position, gefolgt von Wells Fargo, Alibaba und der US Bank Corp. Zum Schluss kommen wir zum Großmeister selbst Warren Buffett. Warren Buffett hat etwas bei Apple aufgestockt. Das könnt ihr sehen. 2% und auch 2% seiner Bank of America Aktien hat er vergrößert. Verkauft hat er hingegen bei Chevron. Hier hat er deutliche Gewinnnahmen mitgenommen. Mit 18% hat er seine Position verringert. Ebenfalls auffällig ist ein Zukauf bei HP mit 15,7%. Reduziert hat er General Motors. Da hat er 20% seiner Aktien verkauft. Ebenfalls auffällig ist noch eine neue Position, nämlich Capital One. Das ist ein Wert aus dem Finanzenbereich. McKesson hat er auch ebenfalls 20% verkauft und neu hinzugekommen für den ein oder anderen Alkoholliebhaber. Er ist jetzt investiert bei Diageo mit einer kleinen Position. Komplett verkauft hat er die US Bank Corp., die er ja lange Zeit gehalten hat. Das hat er komplett reduziert. Ebenfalls die letzten Aktien von Taiwan Semiconductor hat er rausgeworfen. Und auch die Bank of New York Mellon gehört nicht mehr in sein Portfolio. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Channel abonnierst. Das Video gerne mit deinen Freundinnen und Freunden teilst. Und mir deinen Kommentar zu den Transaktionen der einzelnen Fondsmanager gerne unter das Video schreibst. Vielen Dank für deine kostenlose Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Ciao! Risikohinweis. Das Video stellt lediglich die Meinung des Autors dar und ist somit keine Empfehlung, keine Anlagenberatung und auch keine Steuerberatung. Ihr entscheidet, was ihr mit eurem Geld macht. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der gezeigten Daten im Video übernommen.